Ich glaube, dieses Blitzplay heute wird einfach nur da, 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 da. Hallo, meine lieben Freunde und herzlich willkommen zur dritten Folge. Ich habe mal angesehen von Raft. So, ich hoffe, ihr habt einen angenehmen Tag gehabt und wir sind weiter auf unserer Palette unterwegs und ja, was haben wir denn heute vor? Also ich habe heute vor, meine zweite Etage drauf zu bauen und wir müssen aber uns erstmal ein bisschen was zu trinken besorgen. Warte mal, jetzt müssen wir mal kurz gucken hier. So, wer von euch spielt denn das auch noch? Das würde ich gerne essen. Also, das Spiel macht echt Bock und ich kann es wirklich empfehlen, deshalb, wer spielt es noch? Nein. So, das, da haben wir wieder eine Kiste. Wir haben, ey, Palmsamen haben wir ohne Ende. Ey, das wäre die Idee, wenn wir oben auf der nächsten Etage so eine Palmenfarm, sag ich mal, bauen. Das könnten wir eigentlich machen. So, weil wir können das hier alles dann auch noch ein bisschen umbasteln und so. Und, uh, hallo, hi. Okay, so, Fischi habe ich ja letzte Folge gegessen, weil ich echt nur der Mann war, was Essen anging. Deshalb. Ja, der gute Fischi. Okay, so, das haben wir auch. So, jetzt brauchen wir den Hammer. Den Hammer, warte mal, wie war das jetzt? Ah, hier. Palette, Floor. Floor? Nee. Nee, Quatsch. Wenn dann hier. Foundation ändern, oder? Hä? Geht das nicht? Okay, das geht. Oh, falsch. So, jetzt haben wir unsere Axt. Machen wir auch kurz die Palette wieder kaputt. Wen, dann muss ich schon akkurat sein. So, oder? Wie habe ich es da drüben gebaut? Ach nee, so habe ich es gebaut. Scheiße, war das doch richtig? So. Okay, so, jetzt brauchen wir wieder den. Den, den. Mal gucken, ob wir irgendwie so auch so ein Fangbecken bauen können. Vielleicht können wir den irgendwie töten, den Hai oder so. Aber ich weiß nicht, den kann man nur dreimal stechen und dann rennt der Hau da ab. Aber vielleicht kann man den, vielleicht stirbt er auch. Also, das wäre mal auch was Nices. So Haifisch. Hm, vielleicht Haifischfleisch oder irgendwas. So, den. Dann noch mal die Kartoffel. Dann zimmern wir mal noch die Kartoffel da rein. So, zack, zack, zack. Oh, wo ist er? Zäh, zäh, zäh. Geht aber auch nicht schneller. Schade eigentlich. So. Hier, warte mal. Wir können ja jetzt auch den machen. Da muss man nicht unbedingt angeln. So, und wie baut man das jetzt hier weiter? Man kann ja auch Wände bauen, das weiß ich. So. Okay, so, jetzt haben wir hier wieder eine Palette. Hauen wir mal den. So. Okay, jetzt brauchen wir wieder was zu trinken. Zack. Hm, 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 hm. Da können wir eigentlich auch mal die Palmen Samen da rein tun. Nice. So, da können wir wieder eine, bauen wir noch eine Palette dran, damit wir das hier erstmal eine kleine Struktur reinkriegen. Aber ich würde trotzdem gerne wissen, wie wir das da hochkriegen. Also, vorher dazwischen so eine, die, die, oder zwei, die falsch sind. Ich glaube, ich habe einfach falsch angefangen. Ich glaube, so war das sogar richtig. So, no MT. Das, das. Okay. Mensch, wer der richtiger Überlebensprofi hier. Zack. So, Toffel. Snack. Okay, da können wir die nächste noch reinzimmern. Hier eh. So. Hä, wie, 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 so, warte mal, wir gucken jetzt mal, wie kann man das bauen. So. Wall window, also. Eine Wand mit Fenster. Das müsste doch dann so sein, oder? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass man vorher einen... Das heißt, wartet mal, wenn ich das jetzt so mache. Genau, das machen wir auch mal. Wir bauen jetzt drumherum. Kann man das hier so dran setzen? Genau, das machen wir jetzt mal, Leute. Wir bauen jetzt hier, auch wenn es blöd aussieht vielleicht, so eine dran. Hier so hinten lang. Und bauen dann hier so einen Weg hoch. Aber vielleicht müssen wir erst die Pfeiler setzen. Das kann ja auch sein. Ich weiß es halt nicht. Dann können wir, oder wir bauen... Genau, wir bauen hier die Pfeiler hin. Zack. Braucht man das... Ne, dann müsste es das so sein, ne? Aha. Aha. Ach, du brauchst nach jedem... Ach, wie krass ist das denn? Du brauchst nach... Nach jedem... Oh Gott. Das heißt... Wir bräuchten da einen Pfeiler. Ach, krass. Okay, dann machen wir das. Aha. Jetzt wissen wir auch, wie das funktioniert, der ganze Spaß. Okay, also müssen wir jetzt hier noch Pfeiler hinsetzen. Gucken wir mal. So, ne? Nee, nee, doch. Nee. Die. Also müssen wir jetzt hier wieder einen Pfeiler hinsetzen. Okay. Ja. Da müssen wir jetzt aber erst mal sammeln. So, jetzt erst mal noch eine Kartoffel snacken. Boah, Wasser, ne? Das ist so... Oh. Zack, du noch rein. So, dann immer wieder neu anpflanzen. Perfekt. Hm, da hinten war ein Fass. Nein. Haben wir noch hier? Nee. Ah, wie toll. Okay, wir brauchen auf jeden Fall erst mal was von den... Hallo? Da. Nice. Da habe ich jetzt schon mal wieder die ganze Palette. Ja, ich stehe auf dir drauf. Ach, warum? Komm. Komm zurück. Wo ist er? Oh, komm, ey. So, jetzt wollte ich das... Das wollte ich unbedingt haben. Ich glaube, dieses Blitzplay heute wird einfach nur da, 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 da. So. Und so. Da und so. Okay, aber sieht ja wieder gut aus, was Trinken und so angeht. So, wieder ins Reine kommen. Oh, nice, nice. Hallo? Hallo, hallo, hallo. Ich will, ich will das haben. Okay, cool. So, nächste Palette. Howdy, Palette. Zack. Hm. Und da ist eine. Also müssen wir jetzt da wieder einen hinbauen. Kannst ja voll kreativ werden in dem Spiel. Haha. Didim. So. Okay, wie machen wir das denn jetzt? Dann müssen wir hier... Ach, Mist. Dann müssen wir jetzt hier auf jeden Fall noch eine hinstellen, damit wir hier auch lang bauen können. Boah, das ist mies. Das ist echt mies jetzt. Wie machen wir das? Wie geht das? Wie geht das immer kreuz? Na doch, das könnte gehen. Müssten wir dann da eine hinsetzen, da eine hinsetzen. Oh Gott. Okay, Palette. So. Nee. Das war dumm. Das war dumm. Das war dumm. Das war dumm. Ich will den einfach mal töten. Ich will gucken, was passiert. das ist nicht. Ja. Den machen wir mal. Ein bisschen sortieren hier. Mein riesen Inventar mal sortieren. Oh, oh, zwei, drei Kissen. Was ist hier los? Oh, nice. Das war wichtig. Das war jetzt wichtig. So, ich packe auch noch einen. Oh, geil. Jetzt können wir wieder ein paar Paletten bauen. So. Warten wir das schon mal kurz überlegen. Okay. Ich glaube, sinnvoll wäre auch, wenn wir hier noch so ein Ding hinbauen. Aha, wobei. Wir umzäuten das so, genau. Das bleibt ja so hängen. Also, das ist ja der Sinn der Sache. Dass das hier einfach nur unten drunter schwimmt. Und dann unter der Palette ja durchschwimmt. Und dann bleibt das ja auch hängen. Jetzt habe ich kein Holz mehr, oder was? Was ist jetzt? Jetzt habe ich kein Holz mehr. Das ist immer ganz was Neues. Hier noch was? Natürlich nicht. Voll den Überlebensbunker hier. Wo ist das? Wo ist der Hai? Ich habe noch gerade gehört. Jetzt habe ich schon Hallos. Oh. Hey, ja. Hält dir durch. Zack. Wir müssen echt mal so eine Station vielleicht bauen, dass wir so drei Wasserdinger nebeneinander stellen. Und auch bei Essen. Essen-technisch das so machen. Bitter. Ah. Einfach mal weggesnackt. Zack. Ah, das gibt es ja nicht. Einer mit. No. Frist die Rohrkartoffel. Okay. So, jetzt haben wir eigentlich genug für die Paletten. Das heißt, wir können jetzt unsere zweite Etage endlich angehen. Wartet mal. So. Ja. Okay. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wenn wir jetzt hier die ganzen Farben, dann müssten wir jetzt hier. Ja. Ich habe kein Holz. Oh. Wir haben Holz. So, theoretisch gesehen müsste das ja gehen. Das würde mich nur interessieren. Ob man, wenn man die so macht. Doch, das geht ja. So. Da. Boah. Ich meine, so viele Ressourcen habe ich jetzt noch nicht, aber ich will jetzt erstmal hier direkt alles nachbauen. Oh, da muss ich meinen Haken benutzen. Natürlich ging das nicht. Ach, komm. Boah, das passt perfekt, ne? Als ob ich es wusste. Ich glaube, nächste Folge werden wir dann erstmal auf jeden Fall was, ähm, das angehen, dass wir mehr Wasserquellen haben. Das ist ja schon ewig. Jedes Mal. Ne? Ne? Die soll sich nicht so haben. Oder der. Das ist bestimmt die. Äh. Oh. Irgendwann wäre auch mal was Nices, aber das machen wir mal später. Boah, das sieht doch schon ganz gut aus. Eisen, Eisen, überall. Wie soll ich so viel Eisen? Was soll ich mit so viel Eisen machen? Oh. Noch mehr Eisen. Okay. Wir stoppen die Eisenproduktion oder die Eisensammlung. Bringt uns ja gar nichts mehr. Das bringt uns was. Hier, zack. Oh, wir haben sehr viele Seile wieder. Sehr cool. Oh, da kommt Holz. Ich muss echt warten, bis irgendwas reingeschwommen kommt. Echter Wahnsinn, ey. Wow. Genau durch. Ey. Skillwurf, sag ich nur. Skillwurf. Hat die Idee schon wieder. Hustenanfall, oder was? Ich warte drauf, dass einer sagt, wenn man dich mal draußen irgendwo freilässt, oder draußen irgendwo, das sieht schon mal ganz gut aus. Wenn man dich mal draußen lässt, irgendwo rumschwimmen lässt, und du hast kein Wasser, dann würde es auch so sein. Bin ich, aber nicht. So, jetzt bauen wir hier mal weiter. Oh, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Die zweite Etage wird langsam, Leute. Und die zweite Etage wird sehr geil. So, das passt so, ne? Jetzt brauchen wir auch wieder Holz für die Pfeiler, damit wir die Pfeiler hier auch rumgehen können. Alter, was wir so aus so einer Palette bauen, ne? Nein, ich habe wieder Eisen aufgesammelt. Jetzt machen wir die ganzen Eisen. Genau, wir haben die Kiste. Oh, da ist auch schon so viel drin. Sind ja jetzt schon wieder. Es tut das in Ruhe! Das ist ganz! So, bevor sie wieder hüstelt. So, ne Toffel hauen wir da auch noch drauf. So, und das. Jetzt müssen wir wegsnicken. Auf dem Platz. Viel mehr Eisen. So. Ah, Holz! 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 So! Ja! Fischi ist auch noch da. Wir haben einen neuen Fischi. Fischi 2. Ah, hier. Nice. So, jetzt können wir wieder weiter... Warte mal. So, jetzt müssen wir gucken. Ich möchte auf jeden Fall noch die Rundung schaffen. In der Folge. Da und da noch zwei Pfeiler aufheben. So, noch zwei Pfeiler brauchen wir. Was heißt da? Da. Da. Also, wir brauchen noch ein Holz. Juhu! Dann können wir noch oben weiter bauen, die Paletten aus... Also, weiter die Paletten ausbauen. Sehr, sehr nice. Zack. So, bevor sie wieder rumhüstelt. Ihihihihi. Ihihihihi. Hüpp. So. So, dann können wir nämlich hier oben gleich noch schnell ausbauen. Und dann würde ich sagen... Sind wir bei der Folge heute auch durch. Schade, ey. Das bockt voll, Leute. Das war richtig Bock. Aber ich möchte keine lange... So lange folgen, weil das... Würde ich mir selber nicht antun, weil die sind dann einfach zu lang gerade in so einem Spiel. Deshalb... Jetzt habe ich ja gesagt, ich mache mal einen Pfeiler, ne? Ja. Okay. Die Rundung machen wir noch fertig. Immer da unten. Ab. Ah, wieder Holz. Holz, sieh. Warum Holz, sieh? Wo ist Holz? Achter. Kriegt das noch? Schmalz. Aha. Boah, der Skill. So, wartet ihr noch? Ja. Nein, eins. Dann haben wir die Rundung aber geschafft. Ah, ich würde gerne noch eine zweite... Ah. Ja, okay, Leute. Das machen wir dann in der nächsten Folge auf jeden Fall. Aber wir haben jetzt schon mal die zweite Etage angefangen. Das ist richtig nice. Das ist richtig cool. So. Juhu. Ja, passt ja, ne? Ja. So, damit würde ich sagen, Leute. Danke fürs Zuschauen, für dir, äh, bei der dritten Folge von Raft. Ich hoffe, euch gefällt das Spiel. Und, wartet mal, wir trinken noch kurz was. Nicht, dass ihr wieder auch rumhüsselt. So. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Viel Spaß. Hau da rein. Und tschüss. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge.